Was ist der Service? Sehr aufgehoben. Ganze rundherum passt. Und der Service spitze ist. Dass sehr gewissenhaft und professionell gearbeitet wird. Ich kenne das von Ungarn, weil ich dort selber, ich habe ein Taxiunternehmen, einige Leute hingefahren habe und ich habe mir selber angeschaut. Aber ich war nicht so überzeugt. Trotzdem, dass von mir nur 300 Kilometer nicht einmal weg sind. Und hier sind es doch 1800 Kilometer. Und ich fahre immer selber mit dem Auto.